Ja, so ist da noch ein Fahne über die Pferde, hier so eine Ecke und dann kommt er auf den Stand und sieht, dass er einfach nicht mehr steht. Nochmal tiefer! Voll! Ne, was soll das? Das sieht sehr gut aus! Sehr schön! Also hier, die Esther, die ist heute auch das erste Mal beim Kitecamp dabei und die sind so deine ersten Erfahrungen. Jonathan probiert das erste Mal einen Sonic 3 aus. Ja, der hat einfach Bumme, ne? Ja, wunderbarer Abend hier! Kleinsurfer überall! Wow, der Traumkite! Dazu hat ein Wavesub neu! Und so lieb hat sie das Wavesub! Ja, das stimmt! Ja, wie denn? Sehr, sehr, sehr! Ich könnte drauf schlafen! Oh, guck mal hier! Oh, schön! So schön! Ich bin total glücklich, wir sind auf Padel! Jawoll! Jawoll! Ja! 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 Ja!